Der 1. FC Heidenheim konnte sich in gewohnter Klubmanier dramatisch gegen BK Hacken in der Conference League Quali durchsetzen und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Im eigenen Ballbesitz ist ihnen ehrlich gesagt nicht allzu viel gelungen, da hat man sich meistens mit einer relativ flachen Viererkette positioniert, hat dann so eine Art 4-3-3 gespielt, aber die Durchschlagskraft war relativ gering, es gab den ein oder anderen langen Ball, das war auf jeden Fall schon noch verbesserungswürdig und deshalb lege ich den Fokus hier vor allem auf das Spiel gegen den Ball. Da agierte man sehr mannorientiert, vor allem im hohen Pressing hat man das wirklich 1 gegen 1 über das Feld verteidigt, hat zum Beispiel auch mit dem Innenverteidiger Siersleben sehr weit nach vorne verteidigt, ist also auch aus der Kette hinten rausgerückt, um eben dementsprechend Druck auf den Gegenspieler auszuüben und das war natürlich auch erfolgreich, man sieht es beim Führungstreffer, zuvor gab es nicht allzu viel Torgefahr auf beiden Seiten, da ist es dann ein Ballgewinn von Pieringer, der legt raus auf Conté, der zurück auf Pieringer, der dann eben das 1 zu 0 erzielen konnte. Wenn man dann selbst wieder den Ball hatte, aus dem eigenen Positionsspiel, ist dann weiterhin nicht allzu viel Gefahr entstanden, aber man konnte das Spiel zumindest in der ersten Halbzeit noch mehr oder weniger kontrollieren, die Probleme gab es dann vor allem in der zweiten Halbzeit, da hatte man dann weniger Kontrolle, Hecken hatte mehr Ballbesitz, weil auch Heidenheim nicht mehr dauerhaft hoch pressen konnte, dementsprechend musste man eher tiefer verteidigen in einem Mittelfeld- oder Abwehrpressing, meistens eher im Mittelfeldpressing und da hat man dann schon auch große Lücken offenbart, konnte sich aber mit der Intensität, die auf jeden Fall in den Zweikämpfen und den 1 gegen 1 Duellen gut war, und der fehlenden spielerischen Klasse von Hecken noch zunächst am Leben halten. Allerdings hat es Hecken dann besser hinbekommen, das zu bespielen. An sich hat es Heidenheim ganz gut gemacht, meistens war das eben aus einem 4-3-3 heraus, die Flügelspieler haben sich dann aber meistens etwas tiefer fallen lassen, sodass es entweder ein 4-5-1 wurde oder die Flügel halt noch tiefer mitgegangen sind mit den gegnerischen Flügeln. Dann konnte es so eine Art 6er-Kette werden, ist natürlich übertrieben gesagt, weil das eben auch aufgrund des Mannbezugs so zustande kam, aber man war da auf jeden Fall anfällig, da dann die Halbräume wie hier relativ offen waren. Hecken konnte das allerdings nicht allzu oft nutzen und deshalb ist da nicht allzu viel Gefahr entstanden. Und auch ansonsten, wenn Heidenheim eher etwas tiefer in das Mittelfeldpressing übergegangen ist, hat man es meistens auch Mann gegen Mann verteidigt, allerdings hinten mit den Innenverteidigern eine Plus-1-Absicherung gegen den gegnerischen Stürmer bewahrt. Dementsprechend war immer ein Feldspieler von Hecken frei. Das war dann meistens eben der ballferne Achter, denn ballnah hat man es meistens gut verteidigt bekommen auf Heidenheimer Seite, war da immer 1 gegen 1 am Mann dran, konnte es eben auch gut verteidigen, weil die Intensität in den Zweikämpfen gestimmt hat. Der ballnahe Mittelfeldspieler von Hecken war dann oft frei, die haben das aber allerdings auch nicht allzu oft nutzen können. Dementsprechend kam man da noch mit einem blauen Auge davon. Allerdings hat es halt schon ein paar Schwächen offenbart und andere konnte Hecken dann auch ausnutzen, zum Beispiel eben Durchbrüche über Außen, denn wenn Heidenheim es halt eben mit diesem Mannbezug verteidigt, hat man immer 1 gegen 1 Duelle. Heidenheim hat die zwar meistens für sich entscheiden können gegen den Ball, aber immer konnte das natürlich nicht klappen. Dementsprechend kam Hecken schon hier gegen Ende der ersten Halbzeit zu einer guten Chance, nämlich mit einem Durchbruch über Außen, Ball dann in den Rückraum, allerdings konnte Müller den Schuss noch halten. Ähnliches Muster dann aber beim Treffer zum 1 zu 1 von Hecken, da hat man wieder einen Durchbruch über Außen, Ball kommt dann in den Rückraum zu dem Spieler, der das Tor macht, sorry, dass ich den Namen nicht kenne, der sich aber zuvor auch gut von Busch gelöst hat. Einfach eine Bewegung und er war weg und das war halt der Nachteil von diesem 1 gegen 1 Verteidigen, ansonsten hat ihn halt auch keiner aufnehmen können. Und es kam dann noch schlimmer, hier ist es schon ein fataler Fehler von Kerber, er könnte ja einfach den Ball mit nach vorne mitnehmen, dann hätte man fast eine 2 gegen 2 Situation offensiv, so spielt er mit der Hacke den Ball nach hinten, passiert, dementsprechend der Ballverlust, Hecken schaltet um, kommt dann vorne auch wieder in ein 1 gegen 1 Duell, der Spieler setzt sich durch und schlenzt sich dann auch stark ins lange Eck. Dementsprechend stand es overall unentschieden und Heidenheim musste sich schon wieder was einfallen lassen und natürlich kam da auch Qualität auf den Platz, einmal Leo Schienzer und auch Paul Wanner vor allem. Bei Schienzer habe ich nicht so ganz verstanden, warum er über rechts spielen musste, ist er eigentlich über links deutlich stärker und hat dann auch über rechts einige Aktionen, die auch gut waren, gehabt, aber meistens mit dem schwachen Fuß abgeschlossen und knapp am Tor vorbei, hätte ich lieber über links gesehen, aber in dem Spiel war der entscheidende Mann dann eben Paul Wanner, der hier den Ball gewinnt, also wieder nach einem Ballgewinn das Tor, spielt dann auf Bräunig, der macht ihn gut fest, wieder zurück auf Wanner und der macht es dann auch überragend, geht am Gegenspieler vorbei und haut ihn wirklich ins Tor. Dementsprechend hatte man dann auch eine höhere spielerische Klasse auf dem Feld, konnte Situationen besser auflösen, dennoch ist es beim entscheidenden Treffer wieder ein Ballgewinn, da spielt es dann Wanner mit einem guten Steckpass, Honsack macht es auch stark, guter Abschluss und dementsprechend die Entscheidung, dass Heidenheim europäisch spielen wird, in der Conference League, worauf ich auf jeden Fall richtig Bock habe. Das soweit meine Analyse zum Spiel, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!